Hey, was machst du da? Boah, Henrik, Alter. Schau dir mal das Auto an. Wir haben hier einen wunderschönen E30 von einem Kunden. Der steht sogar zum Verkauf, aber nicht von uns, von einem Kunden. Das ist kein Fazit von uns. Aber wir haben den jetzt gerade noch ein bisschen fit gemacht. Der hatte einen ganz interessanten Fehler. Also wir hatten ein Quietschen beim Lenken und beim Bremsen ging es weg. Was er schon gezeigt hat, okay, es geht in Richtung Bremse und genau so war es. Also vorne rechts war der Bremssattel fest. Den haben wir erneuert jetzt. Jetzt läuft es wieder frei und das Quietschen ist auch weg. Also man hätte echt gedacht, wenn man das im Bremsen nicht wusste, hat man echt gedacht, das wäre ein Geräusch von der Servolenkung oder so. Weil es auch erst kam, wenn es ein bisschen wärmer war, das Fahrzeug. Also wenn man halt schon ein bisschen gefahren ist, gebremst hat, dann erhitzt sich ja alles ein bisschen, dehnt sich aus und wird noch fester. Ja, genau das haben wir gemacht und auch ein interessanter Fehler. Die Kupplung, wenn man sie gedrückt hat, nach einer kurzen Zeit, gab es einfach aus dem nächsten Kraftschluss und das Auto ist losgefahren mit dem Gang, wo halt drin war. Oder hat es auf jeden Fall geruckt. Und da war der Gehberzylinder, der war defekt. Aber wir haben beide getauscht, entlüftet und jetzt passt es wieder. Dann ist uns nebenbei noch aufgefallen hier, dass der TÜV fällig ist. Und das Auto steht top da. Sind wir einfach zum TÜV gefahren, direkt Plakette bekommen, gar nicht rummachen müssen oder irgendwas reparieren noch. Das ist der Wahnsinn. E30 in dem Zustand. Wow, macht richtig Spaß. Schau mal rein. Ich wusste gar nicht, dass es so Sitze gibt. Mach gerne mal die Tür auf, guck dir mal die Sitze an. Vom BBS. Ich habe das gar nicht gewusst. Oder fang mal, bevor du rein gehst, fang mal hier an der Tür an. An der Türpappe. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Richtig schön mit dem Stoff. Ja, richtig schön gemacht. Also echten. Also echten Traum E30, muss man schon sagen. Die Sitze hier kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt. Ich war noch bei einem Kollege. Ich habe noch etwas besprochen, auch zu dem Fahrzeug. Er hat auch gleich gemeint, krass, das ist schon ein bisschen BMW-Fan. Er hat gemeint, dass die Sitze gab es wohl bei höherwertigem. Also so Richtung Alpina oder so, stimmt das? Aber Alpina macht dann eigentlich eigene Sitze. Also ich habe es nicht gekannt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Schaut mal hier. Und es geht auch alles. Elektrisch bedienbar. Also es funktioniert. Also es geht auch alles. Sitzheizung. Hier kann man einstellen, was man noch verändern will. Welches Baujahr? Schaut mal Seitenwannen. Gute Fragen. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Das sage ich euch aber gleich. Also hier stellt man ein, was man einstellen will. Das hier, allein das hier. Schaut mal die Wannen an hier. So, und jetzt sagst du, komm. Ich habe mehr gegessen. Ah, nee. Passt, bin dünner. Wahnsinn. Ach so, die bewegen sich nochmal? Ja. Alles. Auch Polster hier hinten. Wahnsinn. Also es funktioniert alles. Es ist nicht nur Show. Jetzt kann wieder zurück zur Rückenlehne. Obere Rückenlehne auch nochmal geteilt. Ist auch separat verstellbar. Und es ist stimmig, weil du hast BBS Sitze, du hast BBS Lenkrad. Und du hast auch noch schön, also ich finde das halt geil. Das sind so kleine Details. Aber wenn du ins Auto einsteigst, hast du bei deinem Sitz seitlich auch nochmal BBS stehen. Bei dir auch, oder? Am Blech unten. Ja. Das ist halt, also klar ist halt eigentlich egal, ob das da steht oder nicht. Aber ich sehe es halt immer beim Einsteigen. Ich finde das richtig cool. Weil, muss man dazu sagen, BBS kommt halt hier aus der Gegend. Ja, Richtung Schildtag. Die Ecke. Fühlt sich halt für mich schon an wie ein regionales Unternehmen. Und ich finde einfach die Marke an sich auch cool. Repräsentiert ja auch eine goldene Ära, würde ich sagen, vom Autobau und vom Tuning auch. BBS-Fällen kennt jeder. Ich meine, 190er haben wir es ja auch drauf. Können wir auch gerne mal in den Motorraum schauen. Ja, da ölt auch nichts. Da tropft nichts. Ist komplett sauber. Also da, wenn jetzt jemand da wirklich Interessen haben sollte zu dem Fahrzeug, da braucht man aber auch jetzt keine, ähm, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, keine Traumpreise nennen. Also da geht unter 10 auf keinen Fall was. Ich denke, der will deutlich mehr an über 10. Ich weiß den Preis ist gar nicht. Aber wenn wirklich, wirklich Interesse da ist, dann gerne einfach mal melden. Oder schreiben, ja, per Instagram oder unter den Kommentaren. Also TÜV hat er jetzt frisch, wie gesagt. Den haben wir noch gemacht. Haarzulassung selbstverständlich. Das passt. Hier Felgen lackiert in Wagenfarbe. Ich finde die Details auch ganz cool. Jene, die sich durchzieht. Ich habe mich jetzt gar nicht so eingelesen. Also was ausstattungtechnisch, wie das alles heißt und was alles original ist und was eingebaut wurde oder was nicht. Fakt ist, alles was er drin hat, das Fahrzeug rundum, steht einfach sauber da und ist wirklich ordentlich. Ja, und es wirkt auch. So als er jetzt auch im Hofstand kamen, echt Leute haben auch wieder geguckt. Oh, schöner BMW. Also, Kilometer haben wir 184.000 und ein paar zerquetschte. Baujahr, Erstzulassung Mai 89. Also im Jahr der Wende. Wenn man jetzt mal überlegt, 89. Ja, krass. Weißt du, was eigentlich krass ist? Das fällt mir jetzt auf. Was machst du? Jetzt, schau mal. Wir haben hier, wir haben hier gerade die Konkurrenten eigentlich. Ist der auch 89 oder was? Ja, oder 90 auf jeden Fall. Also Bauzeitraum E30. Also 190er war auf dem Markt. Als auch der E30 auf dem Markt war. Und ich glaube, das war auch so ein Thema, wo Mercedes gesagt hat, hey, wir müsse einen Kompaktwagen schaffen, dass wir auch einen Konkurrent haben zu BMW, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber es tut mir ein bisschen weh, wenn ich sage, weil ich ja doch ein bisschen auch ein Mercedes Herz habe. Aber meiner Meinung nach war BMW zu der Zeit deutlich weiter. Deutlich. Auch danach E36, wenn man die C-Klassen danach nimmt, E46 dann deutlich weiter. Deutlich weiter. Und man merkt es einfach schon vom Fahrgefühl. BMW war immer, würde ich sagen, das coolere Fahrzeug, sportlichere Fahrzeug. Und Mercedes war schon so die, ein bisschen so die Rentnerkarre. Am I driving? Ariel, you are driving. Kann man schon sagen. Und diese Lippe hier auch. Mega, gell? Richtig sexy. Ja. Ja, stimmt. Ist es auch. Aber man sieht schon von der Grundgebung her, vom Licht auch, vom Rückscheinwerfern, dass es eine Bauzeit war, ne? Vom Design, man sieht es schon noch. Ja, zu der Zeit hat man noch die orangenen Blinker gern gehabt. Später wurden die dann immer weggefallen. Oder früher hat man dann auch die Fahrzeuge getunt und hat dann weiße Blinker, Gläser reingemacht und eben nur die gelben Birnen rein. So wie man es heute eigentlich schon im Standard kennt. Aber ich finde mittlerweile, das mit einem orangenen Blinkerglas, eigentlich auch schon wieder cool. Weil es einfach oldschool ist. Ja, aber hier haben wir echt, oder? Was sagst du jetzt? Ich bin jetzt kein Kfz-Settler, aber wenn du jetzt wählen müsstest. Wenn ich was? Wenn du jetzt wählen müsstest, 190er oder E30. Ah, ich würde schon den BMW nehmen. In dem Fall. Also no hate gegen 190er, auch schönes Auto. Aber das ist aber ein bisschen sportlicher. Ja. Fährt sich auch so, ne? Fährt sich auch so, ne? Ist beides cool. Aber ich, also vom Ding her war, werden wir auf jeden Fall meiner Meinung nach weiter. Könnt ihr mich jetzt an den Pranger stellen? Könnt ihr mögen oder nicht? Meine Meinung darf ich trotzdem haben. Noch darfst du. Ja. Aber beides cool. Gut. Brauchen Sie uns jetzt aber auch nicht endlos in die Länge treiben, das Video. Ich dachte einfach nur, ich zeige euch das. Wir gehen jetzt in den Feierabend. Und danke euch fürs Zuschauen. Ciao. Ich beige euch jetzt seit meiner bertleisu foods. Jedeみ Gu emitted? Nichts? Passt 1. Es macht nichts für dich, dass oder sogar dielést und critique,